Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video. Wir sind dabei, jetzt die Rankings zu machen. Und ich bin hier noch im Trainingsmodus. Und hier kommt schon der nächste Gegner. Ah, Cammy. Äh, wie ihr wisst, sind wir in der ersten Folge Platinum geworden, ein Stern. Und jetzt sind wir auf Gold runtergewasselt. Und gucken, wie wir es halten können. Wir sind dabei, jetzt die Rankings zu machen. Er kann es, und dann. Er kann es, und dann. Der wird. Er kann es, und dann. Er kann es, und dann. Er kann es, und dann. Okay. Okay, ich kenne nicht die Modern-Einstellung von Cammy, aber das ist sehr optimal. Ja. Ah, Spiel-Safe! Ah! Ich soll ein bisschen mehr greifen, ne? Weiter. Mann, 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 Mann! Ah! Entschuldigung. Gott ist Willen, immer dieses rechtzeitige Springen und Loslegen. Geht, Jej. Ja. 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 Kennen Spike? Was ist jetzt los? Kennen Spike, Kennen Spike! Ja! 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 MAAA! Mann, immer dieses Verbinden von den Scheiß. Mann! Wie kommst du da raus? Boah, ist das lame! Dass ich darauf nicht klarkomme. Gottes Willen! Scheiß auf ihn. 1-1. 1-1. Interessant, dass man mit der Mordentsteuerung das echt gut kann. Okay, er wartet. Was? Das ist das Ergebnis. Mann, 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 Mann! Ja, ja, komm! Dieser Arsch! Immer derselbe Shit! Immer derselbe Shit! Ah! 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 Immer derselbe Shit! Mann, ey! Immer derselbe Kack, Modern Player! Mann! Dass ich das nicht hinbekomme! Äh, äh, äh! Aaaaah! Naja, sehen wir uns beim nächsten Fight. Aaaaah! Okay, nächster Gegner. Oh, Mirror Match! Fucking Mirror Match! Vielleicht kann ich was lernen! Ey! Erkennt die Scheiße! Warum? Ja dumm! Ja dumm! Keiner! Wir sind da hingedetzbar! Körn! Du hast dich nicht glued. Das war's für heute. Okay. Okay. Das wäre sehr Juri-Untypisch. Er will nicht in der Ecke bleiben. Klassik-Kombo. Einfach durchbleiben. Genau. Mann, ey. Ah, ich kann das nicht. Ich kann das noch nicht. Ah, leide, ey. Ich habe ihn im ersten Kampf gehabt. Bin ich blöd oder was? Ah, er kann Drive-Kombos, er kann das und er wartet ab. De mich kläft. Es chain ist er. Es ist ein Kampf, das ist jetzt in der K participar. Er ist die Worte. So, was ich spiele. Gatächt hat er immer noch in der K reappeam thấy. Was? Erz hilft mich? Das kann nicht angehen, ey. Ich verliere ein Mirror Match. Mann, ey. Ja. Okay. Wir sehen uns wieder. Okay. Neuer Gegner. Kein Mirror Match. Gott sei Dank. Nö. Niiiight. Nein. Okay. Dagegen kann ich schon eher was machen. Okay. Ach, dein Schlägt meins? Okay. Mein Gott, ey. Ich wusste nicht, dass ich mehr machen soll. Oh, wieder diese dumme fucking Sprung. Nein. Mann. Mann. Weil der so dumm durch die Gegend springt. Meine Fresse, dass ich dagegen verkacke. Ah. Das ist so blöd. Das ist so blöd, was ich hier mache. Das ist so blöd. Mann, dass der so safe ist. Ach, leck mich doch. Leck mich. Mann. 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 Das ist viel zu easy! Das ist so ne Scheiße! Wir sehen uns beim nächsten Kampf. Mann! Chanli? Also den Zange fertig in der Tasche. Ich hab mich nur von seinem fucking Loop einlob. Das ist so armselig. Aber wir müssen erstmal auf die Fresse bekommen. Das geht ja nicht anders. Was macht er sich selbst in der Tasche. Das geht ja nicht anders. So ist es zu sagen. Though es ist wichtig. Wir müssen noch ein paar líneеры ausschalten. Das geht ja nicht nach dem Tor. Ja. Oh, ich hatte Specht, ich hab. Oh, damit weichnet der. Das war's für heute. Puh, okay. Gut, das ist etwas, was ich handeln kann. Jetzt nicht nachlassen. Gut, das ist etwas, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich. $1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Das ist gut, Kanda. Das ist das, meine Sache. Fight, brah! Fight! Fight! W-What?! Ach, jetzt bist du nicht? Ach, komm! Bitte was? Ich kapier es jetzt nicht. Absolut nicht, aber auch gut. Ah! Das ist ein Overhead. Ich vergiss immer, dass das ein scheiß Overhead ist. Ich bin schon schlecht. Oh, schaden erst mal. Ich muss hier eben rein drücken. Oh, ja, klar. Oh, ja, klar. Was? Haust du jetzt ab? Mann! Das kann nicht angehen! Ah, dass die alle so auf Save spielen, ey. Ah, ich kann dagegen noch nichts machen. Gott! Diese Geduld kann ich nicht. Ah! Okay, nächster Gegner. Oh, shit, ein Honda. Jetzt wird's... Jetzt müsste ich klarkommen. Hä? Was dauert das wieder so lang? Ja, komm schon. Okay. Los. Hey, da war der. Okay. Los. Los. Ich hätte sprechen können. Das war wieder Dummheit von Herren. Mann, 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 Mann. ucken wir mal an. Ich brauche es nicht. Let's fucking go. Ah, ich hab ein paar Pranger in Brüche, auch. Och Mann, die muss ich doch in die Tasche stecken, Alter. Meine Runde. Okay, save screen, save. Okay, hab ein, gut. Befähigung, Befähigung, Befähigung. Mann, Mann, Mann. Auf das verlassen, was ich kann. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Gegner. Mirror Match Time. Who's the better, Yuri? Oh, dann. Das müsste ich eigentlich hinbekommen. Oh, dann gehen wir uns bei ihr. Oh, dann geht's. Oh, dann geht's. Oh, dann geht's. Oh, das ist nicht in der Welt. Oh, dann geh mal. Ja, okay, abhauen und Mord einspielen ist seine Sache, ne? Ja, okay, abhauen. Okay, das könnte ich schaffen, aber wenn ich mich gut einstelle. Okay, abhauen, abhauen. Okay, abhauen. Okay, abhauen. Okay, abhauen. MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNH M Anger than player Judy, ey. F.UK! Das ist traurig, dass ich das nicht hinbekomme. Woh! F.UK! Ich bin ein Backdown. Ich bin ein Backdown. Let's go! 1-1, der fällt mir! 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 1-1, der fällt mir!